Du bist ja mit RDR. Ja, genau. Perlm, du darfst überall mitkommen. Spiele komplett durch mit einem Schnick-Schnack oder nur Haupt- und Side-Quest. Wir spielen das einfach ganz normal, Patrick. Ein bisschen Haupt-Quest, ein bisschen Side-Quest und so, was uns so vor die Flinte springt. Wir haben auch schon ein bisschen was erledigt. Warte, Fahrzeuge? Ne, das wollte ich nicht. Da abgeschlossen. Das haben wir schon gemacht. Ja, so ein bisschen haben wir gemacht. Moin Ferre, hallo, hallo, Team Drei-Tage-Bart, da bin ich dabei. Aufträge. Wobei Aufträge können wir offen bleiben. So. Levelaufstieg, nochmal einen machen hier. Ja, nur einen Vorteilspunkt. Techie? Was haben wir hier? Das ist die Mech-Plünderung. Ein Waffen-Mod oder einen Waffenaufsatz zu erbeuten bei Drohnen, Mechs und Robotern. Nachleitengeschwindigkeit von Smart-Waffen. Du könntest dein dein Gewehr-Tree vielleicht noch ein bisschen weiter skillen, oder? Ja, das könnte ich auch machen. Gewehre. Hier war ich doch sowieso dran irgendwo, oder? Ja, da schießt du echt am meisten. Da eins von zwei ist irgendwas. Da, ne? Genau, genau, was ist das? Verdeckter Einsatz. Oh ja. Ah, jo, 20% während du aus der Deckung schießt. Perfekt. Mit der Sniper? Auf jeden Fall. Da kommen die kritischen Header. Olcini, grüß dich auch. Moin Moin. Mahlzeit, hallo. Mike, alles gut, alles gut. Aber Mike schreibt nochmal, ich möchte mich bei allen Beteiligten entschuldigen. Es stimmt, dass es nur eine Vermutung Hoffnung ist, dass diese Games auf die Liste kommen, aber habe ich jetzt 16 Seiten durchgezählen und komme zu 85% überall auf das gleiche Ergebnis. Habe euch trotzdem alle lieb. Alles gut, Mikro, Mike. Richtig auch, Mike. Alles gut, aber wie geht's, ne? Und danke auf jeden Fall für die Aufklärung noch. Jo. Dr. Wischmopp, Moin Moin. Hallo, hallo. Lob und Anerkennung, Mike. Und ganz ehrlich, das war für mich ein Kompliment, ne? Ich habe euch, das ist das Beste, was mir in den letzten vier Wochen passiert ist. Nein. Nee. Doch. Wirklich? Ja. Ich finde, ich glaube, Quatsch noch. Nee, überdramatisiert es ein bisschen. Nee, nee. Ich kenne diesen Ort von früher. Seid ihr hier wirklich sicher? Vorerst ja. Millitech kommt nie so weit raus. Und von hier hat man einen viel besseren Überblick. Oh, Moin Dr. Wischmopp. Gut, wir finden das Game sehr gut bisher. Ja. Haben aber auch echt nicht mit vielen Bugs oder so zu kämpfen. Wir sind da echt zufrieden mit. Story auch sehr spannend. Mutig. Auch von Inszenierung, die Charaktere und sowas. Sind alle sehr, sehr, sag mal, menschlich dargestellt. Es ist nicht nur, dass das nur so Vehikel sind, die mal eben ihren Satz aufsagen, damit man eine Quest hat als Spieler, sondern da ist Charakter dahinter. Und das finde ich nice. Also was ich sagen kann, alles andere möchte ich noch nicht bewerten. Aber wo ich mir ziemlich sicher bin, ist es, das ist die beste deutsche Synchronisation, die ich jemals in einem Spiel gesehen habe. Auf Quattro, ey. Ja, dem schließe ich mich an. Die Synchro ist der Wahnsinn. Ja. Was denn? Ja, das meinen wir so glitsching und sowas. Als hätte ich es verstanden. Wird eine Weile brauchen. Aber im Ernst. Wie kann ich helfen? Ganz ehrlich? Keine Ahnung. Ja. Wir haben ja erzählt, dass Johnny Silverhand auf dem Kopf ist und so weiter und so fort. Genau. Das haben wir ja jetzt erstmalig eröffnet. Genau. Ganz ehrlich? Keinen Plan. Nee. Aber es muss doch etwas jemanden geben, der... Vielleicht. Erinnerst du dich an Hellmann? Die Persönlichkeitskonstrukt Tech ist von ihm. Deshalb wolltest du ihn schnappen. War leider eine Sackgasse. Und jetzt muss ich rausfinden, wie es weitergeht. Du findest einen Weg. Und wenn es so weit ist, helfe ich dir. Sehr nett. Dankeschön. Saul meinte das ernst. Verstehst du? Ja, krass. Pan am Küssen. Danke, dass du für mich da bist. Danke für alles. Da brauchen wir nicht mal die anderen Abzunehmen lesen, was? Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt müssen wir nicht mehr aufpassen. Pass auf dich auf. Und sag Bescheid, wenn... Lass mal von dir hören, okay? Okay. Gab's Küssi? Gab's Küssi? Shadow stimmt, ja. Muss ich auch sagen. Was mir in Night City bisher auffällt, dass die Stadtteile irgendwie alle gleich sind und der jeweilige Charakter nicht herauskommt. Stimmt, aber habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht so wirklich drauf geachtet, auf Unterschiede in den Stadtteilen. Da gibt es ja so Chinatown, sowas in der Art Japentown, Northside und sowas. Und das stimmt. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern die vorhatten, die sehr unterschiedlich darzustellen, aber so viele sehe ich da tatsächlich auch nicht. Aber wie gesagt, ich habe da auch noch nicht verstärkt so drauf geachtet. Du? Nö, ist für mich aber auch irgendwo nicht ganz so typisch. Ich sag mal so, für mich würde jede Großstadt so aussehen, wenn sie nicht wirklich diese Gebiete schützen würden. Gesetzlich schützen würden, dass sie sagen, okay, das darf jetzt nicht mehr verändert werden. Ach so, ja, das kann sein. Also, ich glaube, das ist das Ziel von... Ich glaube, es geht mehr um so den Stil und sowas. Bei Sleeping Dogs hat man direkt gesehen, wenn man in den Chinatown reingefahren ist. Mit den Tempeln und den Bögen. Ah, ja, okay. Aber kann sein. Also, wie gesagt, noch nicht so sehr drauf geachtet. So, wir können jetzt Main Quest machen. Was haben wir denn noch? Oh, Claire ist die aus dem Afterlife. Lass uns da mal hinfahren. Die muss da wegen dem Rennen. Ah, ja, stimmt. Das wollten wir gestern eh noch machen. Ja, genau. Da sind wir stehen geblieben. Tagsüber in ihrer Werkstatt. Della Main? Mein Schatzi? Der erzählt manchmal interessante Sachen, der Della Main. Das ist ein KI-Taxi-Unternehmen. Ja, moin. Ja, Nils. Ja, genau. So Kleinigkeiten dann vielleicht. Das stimmt. Mit der Synchro. Ich weiß, es nörgeln auf hohem Niveau. Aber als alter Shadowrunner steht etwas ins Auge. Das im Deutschen Eis heißt. Original im Englischen Eis. Mit ICE. Das kommt von IC. Intrusion Countermeasure. Cyberabwehr. Aber die restlichen 99% Synchro sind wirklich top. Ja, aber wie ist denn die deutsche Übersetzung der Cyberabwehr? Wurde bisher noch nicht definiert, oder? Vielleicht wurde es schon definiert. Also im Spiel hier das Eis, dass das erklärt wurde. Ich dachte immer, es wären so wie so Firewalls, ne? Ja, ja. Ich glaube, ist ja auch. Ja, aber im Endeffekt Intrusion Countermeasure halt. Ja, aber was ist denn die deutsche Übersetzung dann von Eis? Das ist ja auch nur eine Abkürzung. Ihr musst ja. Vielleicht macht es ja Sinn. Ja. Ergibt. Danke. Okay. Patrick findet allerdings schon, dass jeder Stadtteil seinen eigenen Flair hat. Es sind kleine Details. Huh. Okay, okay. Ja, ja, Hackerabwehr, digitale Abwehr, aber was dieses Kürzel E-I-S. Vielleicht macht das Eiskürzel ja auch in der Übersetzung im deutschen Sinn. Das will ich einfach nur damit sagen. Und vielleicht gibt es diesen Begriff schon. Und dass es halt einfach dann halt nicht irgendwie irgendeine Namenübersetzung ist, die man sich irgendwie ausgedacht hat, sondern das gibt es halt im richtigen Leben. sowas wie, was weiß ich, erweiterte Invasions-Sicherheit oder so. Ja, ja, genau. Ja, fairer, ne? Soll ich mich auch nicht. Wissen da. Jetzt will er aber nicht mit uns reden hier. Und prallo, moin moin, willkommen. Digitale Intercity-Abwehr. Ja, richtig. Und das wäre DIA. Es geht um EIS. Genau. Ach, hier ist ein Tunnel. Den kennen wir doch, den Tunnel. Oh, Perstin, ja, Perstin, dir gleich mit. Elektronische Intrusions-Suspension. I don't fucking know. Immer im Tunnel hier, ne? Kennst du den noch? Ja, klar. Sieht gut aus, der Tunnel. Habt ihr mich noch kennst? Ja, da warst du. Das war der erste Einsatz mit Panam. Habt ihr euch richtig kennengelernt? Ja, ich weiß. Das war so romantisch, wie du die ganzen Köpfe hast platzen lassen. Ich weiß. Hat sie auch gesagt? Die waren nicht so stolz auf mich. Okay, Patrick sagt hier, beispielsweise Lampignons in Japan oder Chinatown. Erhöhte Kriminalität und Bandenmitgliederanzahl in Pazifika. De La Main, ähm... Oh, Mockerrolle. De La Main. Mach's gut. De La Main, ne, wohnt jetzt hier? Ja, ich kann die KI gleich nochmal fragen. Vielleicht kommt er ja da raus. Oh! Oder ich nehm das Auto. Sieht aus wie ein Bugatti. Oh, das gibt's Loot. Legendär! Ja, wir gucken mal. Blendgranate-Schäden? Ja, nice. Kannst du die craften. Was haben wir denn hier? Reißfestes, thermoaktives Techie-Hemd. 18,4 Explosionsansagerung, Explosionsschadenverringerung und hat drei Slots. Können wir jetzt so craften zu Norden? Na klar, gib mir ein legendäres Item dann wahrscheinlich. Ja, ja. Also, crafting-Material. Ja, moin! Ja, Internet-Cybereffizienz. Oha! Der hat Bock. Geht er ab, oder was? Mal mal drinnen angucken her. Wow! Fahrst du wieder Panzer, ne? Glaubst du, das Auto sehen irgendwann so aus? Könnte ich mir gut vorstellen. Ich mir auch. Guck mal, die Mittelkonsole da, diese Schalter. Ja, Mann, ey. Okay, das sieht schon krass aus. Auch das Geräusch da drin, wie so ein Staubsauger. Oha, der hat wirklich Bock. Ich muss echt... Oh mein Gott, hat der Bock. Oh Gott. Erinnert mich sofort an so richtiges... An so ein Need for Speed Cheat-Auto. Das hieß irgendwie S2000 oder so. Oder N2000. Keine Ahnung, keine Ahnung. S2000 gibt's ja auch. Der will schnell. Der ist aber schnell. Also, Delamain macht, glaube ich, 150. Vom Sound hier jetzt. Staubsauger-Sound. 1660 PS die Karre. Sankt Patrick. Woher weißt du das? Das weiß ich nicht. Ja, der Spoiler fährt sich aus. Ja, Mike. Okay, stimmt. Das sieht cool aus. Fahr mal langsam an. Mord fass mal auf. Dann klappt der sich so ein. Ja, hat der Porsche von Chris auch gemacht. Also, irgendwie ab 250 kam der dann raus oder so. Nee, 150 oder so. Sieht von vorne ein bisschen aus wie Knight Rider. Für mich sieht das aus wie ein Bugatti. Ja. Also, sehr viel von dem Bugatti sehe ich da. Vortex. Alles gut, alles gut. Es war nur, einfach nur die Frage, ob jemand weiß, was die Definition EIS, die im Spiel übersetzt wurde von ICE von Eis. Nur, ob es da eine Definition für gibt. Ja, 210 MpH kann man machen. Boah, da habe ich den behalten? Ich glaube nicht, oder? Nicht so ohne weiteres. Kann man sich mit Sicherheit kaufen. Okay, aber der Nils sagt gerade, der Wagen gehört jetzt euch. Könnt ihr wie ein Dallermain rufen für null Credits. War bei mir jedenfalls so. Okay, war das einfach so gelootet? Ich weiß es nicht. Der stand halt da. Ich muss schon wieder verfahren. Dann steigen wir aus. Alles gut, denen geht es gut. Das war ein Krimineller. Ach, stand vorhin da? Fahrzeug gekauft? Okay. Ja, nice. Na, ist auch so. Na, moin. Alles klar, alles klar. Ja, passt bei der Verkehrskontrolle auf. Ein Rücklicht ist kaputt. Okay, okay, Massimodo. Dankeschön, Dankeschön. Moin. Okay, das ist unser. Oh, die Tür auch. Drummer V. Ja. Ja, kannst jetzt rufen. Caliburn. Ja, nice. Einfach mal Fahrzeug gelootet. Gut, dass wir da durchgefahren sind. So. Also wahrscheinlich sollen wir hier gleich irgendwo warten. Sie hat ja gesagt, wenn sie noch nicht Dienst... Nicht Dienstschluss hat, ist sie noch nicht hier. Was haben Sie gesehen? Noch mehr Lila. Ja, wir sollen hier ja eh hin. Epische Item-Komponenten. Moin. Oh, ja, ja, cool. Eine Sekunde, okay? Schlittergrad, moin. Meine Bestie. Genau, Cyberbank. Du bist im Kühlschrank, wenn du willst. Danke. Also, warum bin ich hier? Ich brauche einen Fahrer. Dich zum Beispiel. Mhm. Fahrer so, so. Und du navigierst? Oder über was für ein Rennen reden wir? Einen Fahrer? Du navigierst? Nicht ganz. Dieses Rennen bestreiten Fahrer und Schützen. Und was bist du? Schützenkönigin oder Fahrschulabbrecher? Eher Motortunerin. Ist mein Ding. Außerdem schieße ich gut. Fahrer aber keine Rallys. Ich hoffe, du hast es drauf am Stolz. Ha! Haben wir gerade gesehen. Nein, hat er nicht. Na klar. Okay, Claire. Du hast einen Fahrer. Natürlich. Okay. Es sind vier Rennen. Das erste im Stadtzentrum. Das würde eine Katastrophe ergeben. Okay. Ich habe auch ein Auto. Hab auch ein Auto. Warum nehmen wir nicht das? Kommt drauf an, was es so kann. Hier geht es nicht nur um Tempo. Das wird viel, viel krasser. Keine Sorge. Ich fahre keine Seifenkiste, okay? Dein Auto meins. Du bist am Pedal. Du entscheidest. Mhm. Wann geht es los? Wann geht es los? Es gibt eine Qualifikationsrunde. Die müssen wir fürs Finale abarbeiten. Und wie? Wir müssen in mindestens zwei Rennen unter den Top 3 sein. Aha. Treffen wir uns im Stadtzentrum. Ich schicke dir alles. Wenn du übertunte Motoren heulen hörst, bist du richtig. Okay, okay. Wir sehen uns dort. Das wäre echt krass, wenn wir jetzt Pan Ams Auto fragen könnten. Den Panzer oder was? Oder, nee, ihr Auto. Ihre Karre. Ihre Karre. Denkst du, das habe ich hier nicht gesehen bei der Vorhauten? Ja. Okay, warte auf Claire. Ja, warte bis Claire dich nach einem Tag kontaktiert. Und schließe die Qualifikationsrennen ab. Aha. Ja, ich kann jetzt einfach warten, wenn ich will, ne? Ja, ich glaube, die Qualifikationsrennen, vielleicht musst du die vorher machen. So innerhalb dieses einen Tages. Oder? Nee. Nee, 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 nee. Ja, die Kira, die hat ein bisschen maskulinere Stimme, aber jetzt nicht unweiblich, fand ich. Bisschen dunkler. Bisschen wie so eine Moody. Ja. Ja, ruf mal einen Penne mal, du fragst nach einem Basilisk. Ja, ja. Alter. Und Suak, moin moin, hi. Panzer können wir da nicht fahren, Leute. Ähm, okay. Claire hast du eine Nachricht geschickt? Meld dich, wenn du da bist. So. Warte. So. Nee. Ich wollte das noch größer machen. Ich weiß, ich weiß. Wo ist es noch? Da. Okay, wir qualmen den Konzernen schön ihre Gärten zu. Zuerst in Vista Del Array, damit sie das gar nicht ignorieren können. Dann gehen wir den braven Bürgern von The Glen auf den Sack, machen heftig Krach am Corpo Plaza und zum Schluss geht es zu den Docks in Wells Springs. Wir treffen uns an der Startlinie. Martin Luther King Boulevard, Ecke Skyline East. Melde dich, wenn du da bist. Alles klar. Alright, alright. Episches Kartenspiel gefunden. Ja, genau. Auch wie das alles nicht durchsichtig ist, wenn du reinsteigst. Die Windschutzscheibe und so. Warte mal, kann ich nicht Panaman? Ich will mal gucken, ob das wirklich, ich will mal versuchen, Panaman zu rufen. Ja, mal sehen, ob das möglich wäre. Auch bist du denn da. Panaman! Ah, geht leider nicht. Ne, sehen wir uns später. Wie geht's dir? Swalltalk? Fällt dir nichts besseres ein? Nö. Ich wüsste da schon was. Na anscheinend läuft dann bei dir rückwunsch das Kumpelkino ab. Was wird das häufiger? Panaman. Also, bei mir schon. Ich hab dich vermisst. Oiioioioi. Pass auf dich auf. Richtig, richtig, Nils. Das ist die Anti-Blitzer-Scheibe. Könnt ihr auf der Map mal zeigen, wo ihr ca. das Auto gefunden habt? Oha, wie ein NEM drin. Kannst du mal kurz gerade auch machen? Ich versuch's zu finden, okay? Das war in einem Tunnel. Oh, Fatsch. So, das war in einem Tunnel. So ein bisschen außerhalb, glaube ich. Warte mal, wenn hier noch ein... Dein Zuhause in Night City? Das ist wahrscheinlich das Lager von denen. Wenn das das Lager von denen ist, könnte das hier gewesen sein. Oder hier in dem Tunnel, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall in dem Tunnel war das. Oder hier drin. Also da in dem Tunnel, wo diese Quest mit Panem anfangs stattfindet. Richtig. Leila-Mausen-Tastatur. Genau. Wie gesagt, musst du halt ein bisschen gucken, ne? Wir haben uns halt auch durch Zufall gefunden. Gerne, gerne. Soll ich jetzt hier warten? Ach, Ruf Claire an. Um dann mit dem Rennen zu... Ja gut, ich meine, wir haben jetzt ein Auto, was nicht kämpft. Mal sehen. Ja, ja. Claire, kommst du? Ich bin schon da. Super. Ich auch gleich, versprochen. Okay, cool. Bis gleich. Ah, Sekunde. Welches Auto willst du? Oh. Wir können auch Dein zu Deins. Ey, wir können auch Dein zu Deins fragen dann, ne? Lass doch einfach sagen Deins, oder? Ja. Deins. Okay. Die Bestie schnuppt schon. Schon unterwegs. Bis dann. Weil die hat wahrscheinlich eine Waffe mit drauf. Ja, der Lemayne hat seinen Militärmodus, ne? Also von daher. Stimmt eigentlich, Mentes. Einfach kurz ins VOD schauen. Ist doch viel einfacher. Oh. Ja. Guter Call, guter Call. Oh, geht los hier. Initial D. Moin. Ich will das gar nicht hören. Eure Mindgames, die ihr da macht. Euren Smack Talk hier. Vor dem Rennen. Heiner. Ne, haben wir schon versucht, Zef. Haben wir schon versucht. Hm. Irgendwelche Tipps vor dem Start? Warte mal. Und wenn einer stirbt, hat das keine Folgen? Den Bullen ist es egal. Die stopfen nur Daten in ihre Unfallberichte und das war's. Ne, haben wir versucht, Zef. Haben wir versucht. Eine Kugel im Kopf zählt also als Unfalltod? Auf manchen Straßen schon. Hoch. Da, wo die Drachen wohnen. Irgendwelche Tipps vorm Start? Schön den Fuß auf dem Gas lassen. Mein Job ist es, die anderen zu bremsen. Unterm Strich gewinnt der Schnellste dieses Rennen. Nicht der mit der dicksten Knarre. Schnellfahren. Alles klar. Oh, nimm diesen Splitter. Hm. Wieso? Wieso? Ah jo. Was ist das? Wofür ist der? Zeig dir die Route. Ohne wärst du so gut wie blind. Okay. Wir müssen alle Checkpoints erwischen, sonst sind wir disqualifiziert. Wenn du noch chillen willst, mach das. Ich bin beim Auto. Wann geht's los? Auf dem Splitter ist alles drauf. Okay, Nachricht lesen kannst du machen. Ja. All right, all right. Steigt in Claires Auto. Morg, Morg, jetzt geht's hier ein Rennen. Jetzt geht's hier ein Rennen. Ja, das machen wir so fällig, ey. Wollen wir sehen. Letzte Wetten jetzt. Verpasst nicht eure Chance. Claire. Das erste Eliminierungsrenne. Alle bereit? Alter. Und wenn schon. Rückzieher gibt's jetzt nicht mehr. Leit euch an. Betet zu euren Göttern. Und frisst Stau. Die Wiedhase muss zerdrückt werden, Morg. Platz 6. Platz 3. Checkpoint 1 von 31. Die ballert da aus dem Auto raus. Ich bin froh, dass ich eh nicht schießen darf. Oh, jetzt muss ich mir jetzt mal auf diese Karre reinfahren kurz. Oh, aber Auto fährt nicht schlecht, ne? Geht ja. Das Death Race, ja. Ding, 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 ding. Oh, ich erinnere mich noch an das Spiel Death Rally. Das hat man so aus isometrischer Sicht gesehen. Hat dann auch so Autorennen gefahren. Da kommt man sich immer so Waffen ans Auto ranbauen. Das war geil. Oh, wie hieß denn das noch mit diesem Clowns-Auto? Twisted Metal. Twisted Metal. Ja, Twisted Metal auf dem Playstation. Gab es das noch irgendwie Interstate 76 auch noch? Das gab es auch, aber auf PC noch früher, ja. Death Rally war aber geil. Einfach mal drüber. Ich bereite mal die Tour. Oh, sein Auto brennt schon ein bisschen. Ey, wir haben den einfach überholt. Einfach drüber gefahren. Come on. So. Ja, ja, mit Jason Statham. Der Film Death Race, der erste, ist auch nicht schlecht, ja. Kann man sich angucken. Wir haben uns jetzt vorgestern neun Filme angeguckt. Wie hieß der nochmal, Mock? Power, Power. Project Power. Auf Netto Flix so. Deine Power. Ist okay. So ein 6 von 10 Filmen. Das ist so ein Film, den würde ich nicht auf dem Stream erwähnen. Ja? Ja, nee, Leute. Also, der ist... Eigentlich ist der okay. Nee, doch. Eigentlich hast du recht. Der ist okay. Aber da ich ja auch eh für die mindere Aussagensqualität verantwortlich bin. Ich erwähne den mal. Das mit der Tablette. Ja, genau. Mit der Tablette. Komm, man sich angucken. War cool. Coolie Tee. Mit Jamie Fox. Wo kommen die denn her? Ja, die wollen dich wohl aufhalten. Wolten, Wolten. Entschuldigung. Ich bin Platz 5 von 6. Hast du ein Checkpoint übersehen? Was? Warte, ziehen die noch weiter hoch? Also, ich weiß auch nicht, was da los ist. Wieso denn 5 von 6? Hi. Bist du hier mit Abstand der erste, oder nicht? Ja, ich bin ganz normal gefahren. Aber im Abwarten. Stabst du, grüß dich, hi. Ja, ja. Gut gemacht, der Film. Ja, geniale Idee. Ja, ich meine, ohne Limit hat das dann schon ein bisschen vorgemacht. War ein bisschen ohne Limit auf Superhelden-Manier gedreht. War okay. Wie gesagt, war okay. Wollen die mir sagen, wenn die zu weit weg sind, dann spawnen die vor mir? I don't know. Vielleicht hat der auch Abkürzung genommen. Jetzt bist du nämlich Zweiter plötzlich. Ja, ja. Oh, dann wird die drüber gefahren. Oh. Oh. Ich kann nicht lenken, ey. Okay. Ah, ist ein Wack, hatte ich auch. Okay, okay, Hendrik. Wollen erst mal, hi. Danke dir. Na gut, Zweiter ist jetzt... Da vorne ist schon der Erste, das geht. Ja, ja. Eher so eine 4 von 10, okay. Ist eben alles Geschmackssache. Ja, auf jeden Fall. Nuppsi, auf jeden Fall. Wow. Da haben wir verloren. War nur, oder? Zweiter. Wenn wir so weitermachen, kommen wir auch so ins Finale. Ah, das sind die Qualifying-Rennen nur. So sieht das aus. Warten wir kurz an der Ziellinie. Zur Sicherheit. Alles klar. Okay, cool. Hey, zwei darfst du nicht so schlecht. Alles klar, Defan. Ja, dann kann sein, dass es ein Fehler war. Machst du's für die Addys? Den Sieg? Den Ruhm? Warum fährst du? Es ist, als wirst du besessen. Gewinnst du nicht gern? Oh. Ähm, doch. Doch, wenn nicht. Doch. Siehst du? Genau wie ich. Und ich beende gern, was ich anfange. Also gewinnen wir diese scheiß Rennen. Das ist der Plan. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Soll ich mitnehmen? Gerne. Ja, okay. Dann fahren wir. Nice. Alvor, danke für den Host. Und Henny auch, wie grüß dich. Moin. Und Moin, Moin natürlich. Vielen, vielen Dank. Oh, Morg. Morg, ist jetzt bei der mit? Neue Panem oder was? Nein. Ja, nicht so, ne? Nee. Die ist so ein bisschen mehr, äh, äh. Einfach wie eine Muddi. Ein bisschen mehr Sarah Connor ist in ihr drin. Ja, ja. Ja, ja. Und Moin natürlich auch von mir und einfach. Hallo, hallo. Mieser Beat, Mieser Beat. Und Deloste Chris, hallo. Grüß dich, hi. Oh, nice Henrik. Hab das Spiel hier schon einmal durch und kann mich nicht entscheiden, ob ich einen Neuanfang oder einfach weiter spiele und neben Quest noch mache. Ja, vielleicht so einen neuen Weg einschlagen, Henrik. So mal ganz anders spielen als sonst vielleicht oder als vorher. Seid ihr schon weit? Oh, das ist schwierig zu beantworten bei dem Spiel. Ja, das ist wirklich schwierig. Also Mainquest-technisch würde ich sagen, sind wir so acht, sieben, acht Stunden drin. Ja. Insgesamt sind wir 26 Stunden im Spiel. Genau. So will ich wackeln. Ja, okay, okay. Okay. Ja, manche Leute haben da echt ein bisschen Motion zu essen. Ich hab Reiseübersprung. Ich fahre jetzt hier keine zwei Kilometer mit der, wenn die nicht mit mir reden möchte. Ja, die findest du auch wieder, Henrik. Ja, aber meine Ausrüstungskopie. Findest du auch wieder, außerdem brauchst du doch andere mit dem anderen Spielstil dann. Oh, Kuss. Was? Ja, natürlich mit hingenommen. Trifft ihr mit Takamura? Was? Ah, da. Ja, eins von drei. Oh, Level-Up übrigens. Achso, wir müssen wieder einen Tag warten. Hab ich gesehen, hab ich gesehen. Level-Up. Ja. Level-Up, Level-Up. So. Konzentration vielleicht auch aufzählen? Ja, komm. Mehr HP und alles. Nahkampfwaffenschaden generell erhöht. Ja, ich bin auch dran hier. Stumpfenwaffen. Achso, aber nicht so viel. Du nutzt ja eher die Mantis. Ey, guck mal. Erfolgreich Angriffe mit Stumpfenwaffen. Es geht mir um den Boxkampf. Ja, aber ich glaube, da kann es auch die Mantis-Klinge raus. Aber willst du jetzt nur für die Boxkämpfe tatsächlich irgendwelche Skillpunkte einsetzen? Ja, drei Stück, ja. Die gönne ich mir. Okay, na gut. Also, da sehe ich jetzt nicht das Problem. Okay. Und vor allem mit so einer Regeneration dazu, ist schon eine ganz coole Sache eigentlich. Ja, gut, das stimmt natürlich. Moin Falke, hallo, hallo. Hi. Neu anfallen, gibt dir drei Anfänger und verschiedene Dialoge. Stimmt schon, stimmt schon. Ah, shit. Relic, hör auf, hör auf. Claire, was hast du? Hey, wie? Nicht, dass ich Angst habe, bei dir mitzufahren, aber vielleicht kannst du bis zum nächsten Rennen noch ein wenig üben, okay? Bitte was? Hey, findest du, dass ich auf der Straße keine echte Bedrohung bin? Oder, äh, ja, ja, sag die große Meisterin. Wie sieht es mit deiner Treffsicherheit aus? Ja. Direkt zurückgibt es. Hey, komm ich jetzt nicht so, XD. Eben den Zwinkersmai auch. Ja, so eine XD-Schreiberin, ne? Na gut, dann übe ich halt noch ein wenig, versprochen. Oder komm schon, ich fahre immer so. Das ist mein Fasti. Das ist auch. Der Beste. Ich glaube, Fäuste gelten eine stumpfe Waffe, ja, Patrick? Ja, der Trick. Deshalb mag ich diese sehr wie kleiner als drei. Aber im Ernst, üben, XD. Doppelpunkt, P, Doppelpunkt, P. 2077 wird das immer noch geschrieben. Genau, und jetzt, XD stirbt nie aus. Gammelgurke, ein Wunderschön, ja, das Ding ist an. Hallöchen, willkommen. Hallo, hallo. So, und du? Ja, warte, bis Claire hat dich nach einem Tag kontaktiert. Okay, okay, ein bisschen aktualisiert. Lies Claire's Nachricht. Achso. Neue Nachricht. Claire Russell. Hey, das nächste Rennen ist in den Badlands. Nice. Die Nomaden lassen echt nichts anbrennen bei Heimspielen. Also musst du in Topform sein. Alles andere reicht nicht. Wir treffen uns am Ende von der Brookland Street, beim neuen Damm. Ah, ja, ich weiß wo, ich weiß wo. Rufe mich dann an, so wie letztes Mal. Keine Ursache. Echt. Echt jetzt. War Junge. Echt jetzt. So. Mit dem Caliburn. Das ist halt ein Monster. Ja. Wenn du den kaputt machst, kostet es übrigens Geld, ne? Was? Ja, ja. Das habe ich letztes Mal bei mir nämlich gesehen. Mein Auto war fast so gut wie komplett im Arsch, ne? Und dann bin ich halt irgendwo hingelaufen, habe das irgendwann später gerufen. Und dann stand links am Rand, ja, Versicherung hat Schaden, alles genommen, kostet jetzt 1.238 oder so. Und dann kam halt ein neues Auto. Oder mein, er repariert das Auto. Vielleicht muss ich das aber nicht mehr, weil Dallermain seine Werkstatt hat und mich mag. Das ist möglich. Auch wenn er vergessen hat, wer du bist. Hat er eigentlich nicht. Er wusste, dass ich ihn rebooted habe. Er musste nachgucken. Ja, natürlich muss er nachgucken. Komplikor guck immer nach. Ja, das ist aber wie sich eine Meinung über eine Person bilden aufgrund von ausschließlich WhatsApp-Nachrichten. Hier, das können... Okay, was? Stimmt. Das ist schon nicht persönlich. Stimmt. Das ist schon was anderes. Du weißt schon, dass Dallermain eine KI ist. Ja, richtig. Du musst uns nochmal über persönlich reden. Ja, ja, er interessiert sich ja für Menschen, hat er ja gesagt. Der interessiert mich auch für Menschen. Er studiert das jetzt. Ah. Wir haben einen neuen Damm in 2077. Sieht fast danach aus, Safe, ja. Klar. Treffen wir uns beim neuen Damm. Wobei... Oh, das wird knapp, Leute. 57 Jahre noch, das wird knapp. Ja, Hendrik, natürlich, ne? Klar, kannst ja machen. Äh, guck, ich denke, ich werde mit Neuanfang warten, bis ich Januar in der... Das war's. Ja, ich habe mit Neuanfang. Musik. 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 Musik.